Geil, geil, geil! Schneller, Pepo, run! Ich will zocken mit den Mocken! Din, 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 din! Jee! Okay, das Seelenaufsammeln dauert echt ewig. Also das ist im Bossraum nicht so geil. Vielleicht muss man das direkt machen. Hehehehe! Achso, weil sie gerade in die zweite Phase gegangen ist, konnte ich den Crit nicht machen. Schade. Hehehe! Ah! Ja! Ah! 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 Ja! 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 Ah! Ja! Okay, jetzt habe ich es kapiert. Wenn sie keine Haltung mehr hat, dann muss ich einen schweren Angriff machen. Okay, gecheckt, gecheckt. Oh, ich habe so Angst vor dem Laser, wollte ich gerade sagen. Den hat sie gerade zum ersten Mal gemacht. Achso, ich habe ja immer noch das Totenreich. Ach, scheiß drauf. Okay. Also wenn ich das jetzt richtig kapiert habe, wenn ich perfekt blocke, verliere ich kein richtiges Leben, sondern ich verliere Leben in den grauen Balken. Und wenn ich dann mit Angriffen den Gegner damage, stelle ich davon Leben wieder her. Also wird offensives Spielen, Gegner unter Druck setzen belohnt. Was auf jeden Fall was Gutes ist. Ich meine ihre ersten Attacken. Aua. Kriege ich ja ganz gut schon geparriert. Okay, das war jetzt schlecht. Das war echt zu gierig. Okay, ich bin jetzt aus dem Totenreich gekommen. Und trotzdem. Aua. Okay, ich konnte sie nicht damage'n. Ich habe pariert, Mann. Äh, Kreia, danke noch für deinen frischen Sub. Willkommen. Diesmal viel zu schnell ins Totenreich geprügelt worden. Und Lord Svensson, danke auch noch für deinen frischen Prime. Willkommen. Den, 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 den. Was ist das denn? Hä? 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 Kann man sich hier Hilfe rufen? Der war aber nicht von Anfang an da, oder? Das ist doch der Typ, der uns da unten das geschenkt hat. Taucht der erst nach ein paar Mal helfen auf? Äh, nach ein paar Mal sterben auf? Der kommt, wenn man oft stirbt. Okay, interessant. Ich wäre jetzt nicht oft gestorben. Ne? Für einen normalen Souls-Boss hier ganz normal. Das hat sie zum ersten Mal gemacht, oder? Das ist der zweite Schlag danach. Ärgerlich. Ah, es ist ja wirklich, jetzt, jetzt bin ich wieder zu gierig. Ich klau deinen Weed. Danke auch noch für deinen Frust, dass du abnimmst. Nico, danke für Achtung. Mal einen Geist rufen, um zu gucken. Mach ich, wenn dann, bei einem richtig schweren Boss. Einfach Cleaner spielen, nicht so gierig. Bin mal gespannt, wann wir unser Heal-Stuff upgraden können. Weil wir haben ja im Tutorial, haben wir ja schon das Item gefunden zum Upgraden. Wo ist es denn? Hier. Hier. Einfach nicht so gierig sein. Ich überlege auch, ob ich einhändig spiele für ein bisschen mehr Ausdauer. Wie viel Heal das? Naja, das war das Item, was ich gerade gezeigt habe, ist, um unseren Heal zu verstärken. Mann. Ja, gefällt mir. Viel weniger Ausdauer verbrauche ich so. 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 Ach, what? Okay, hat gar nicht so viel Damage gemacht. Das ist so scheiße. Ihre Haltung war weg und dann geht sie einfach in die zweite Phase. Das ist doch scheiße, Bro. Das ist doch scheiße. äh, GP, deine Frage macht keinen Sinn. Selee, OG und Morbus, danke noch für die frischen Subs mit Prime. Willkommen. Irgendwie krieg ich den Ersten nicht berührt. Oh, als ob ich, als ob ich den jetzt nicht getroffen habe, den aufgeladenen Schlag. Es ist wie bei Lies of Peace. Es ist so unfassbar frustrierend, wenn man das dann nicht schafft. Ich bin zu gierig, Mann. Die Gier, ich die Gier. Ach, sie kriegt da sowieso kein Damage, während sie sich verwandelt. Okay, brauche ich auch nicht auf Krampf jetzt draufklopfen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Der gierige Boss wieder. Aber ja, auf ein Fünftel, ein bisschen cleaner spielen, vielleicht nicht direkt immer in die Todeswelt geklopft werden. Gibt's Waffenöle? Ja, gibt's tatsächlich Ja, wir können mal Feuer ausprobieren Also mit der leichten Haltung, Chat Also einhändig finde ich besser Da hab ich besseres Ausdauermanagement Der lässt die Waffe dann auch so Wir können mal Feuer gleich ausprobieren Ich mein, sie ist selber heilig Vielleicht macht Feuer ihr sogar ein bisschen Aua Vielleicht verbrennt das ihre Flügel Ich weiß nicht, ob wir noch im Tutorialgebiet sind Oder ob das jetzt schon ein Main-Boss ist Also das wäre schon ein sehr langes Tutorialgebiet Ah, diesmal hab ich's kapiert bekommen Beide Na, wieder einer zu viel war das Ach, Digga, dieser Move ist so frech Ach, Mann Immer die Gier Dass man da auf immer warten muss BTF Also ich hoffe, dass sie Ganz flott die Karotti Das mit den Frames fixen Das ist nicht so geil Oh Abgestochen Das hat sie zum ersten Mal gesagt Also bis jetzt einziger Kritikpunkt Performance Beim Boss Bisher waren die Frames 1A Hier und da mal ganz kurz Ganz kurz ein Einbruch Aber wirklich nur minimal Und jetzt beim Boss Ach, nicht so geil Es geht aber, ne Also ist jetzt nicht unspielbar Das ist nur nicht so geil Oh Digga, wie soll man Geil Okay, diesmal brauche ich eh nicht draufklopfen Ach, Digga Okay, wenn man nah dran ist Es ist echt schwer auszuweichen Nee, oder? Und tot Okay, das macht sie erst in der zweiten Phase War grad ein bisschen zu gierig mit dem Heal Vielleicht ist das aber auch ein One-Shot Oh, sie Also ihre Flüge sind ja so sexy Dem Strahl musst du dodgen Das hab ich deiner Mom auch gesagt Holden Cross Als ich meinen goldenen Strahl über sie ergossen hab Sich beschwert hat Weil es ins Auge gekommen ist Hab ich auch gesagt Du musst dem Strahl dodgen Meine Fresse Immer dieses dämliche Geklugscheider Selber bist du bei Elden Ring Nicht mal aus der scheiß Tutorial-Höhle rausgekommen Wirklich, so was macht mich mal unfassbar sauer Danke für die fünf Nashies, Panda Alles wieder gut, Chat Bessere Laune wieder Liebe, danke Panda Wieso krieg ich das denn immer noch nicht pariert, Mann? Danke, Panda, für die fünf Jungs, ne lieb hier ne Bombe Abfahrt Ja, scheiße Oh, ich hätt so Bock Ich hätt so Bock Ich hätt so Bock Einen ordentlichen Brüller rauszulassen Ich hab so richtig Lust Hab aber schon genug Faxen mit den Nachbarn gehabt Die Nachbarn wissen immer ganz genau Wann ich ein Dark Souls Game spiel Ja, really Ja, nee, Chat Ist richtig Ist Belasto Wir haben hier so neue Neue Dinge Neue Nachbarn Seit kurzem Und die haben ne ganz Ganz kurze Zündschnur Ne ganz kurze Zündschnur Das war schön clean Richtig clean sogar Nach allen Healer Auf Taschos Oh, Gott sei Dank Okay, wenn sie das so hoch macht Und auflädt Dann macht sie immer den Laser sofort Triff Ja Lecker Führend lecker Hielen Oh, ich wollte noch einen hinterher setzen Auf gierig Zwei in die In die ins Nichts Beste Leben Oh, nee, ne Nein Aber ich hab mich glaub nicht gehealt noch, oder? Jetzt hab ich ja noch die Totenwelt Ich hab jetzt ihre Haltung weg Boah, man muss immer drauf achten Was machen denn ihre Doubles? Oh mein Gott Was machen denn ihre Doubles, Mimou-Bilds? Noch einen Eins Zwei Was muss ich machen? Ben? Ist sie tot? Was passiert? Bitte nicht Phase 2 Mach keinen Scheiß Okay, der hat sich gar nicht so clean angefühlt eigentlich Gigi's Der Bart Der Helle Oh, nee, oder? Also wenn jetzt Phase 2 kommt, hab ich ein Problem Dann muss ich ja quasi als 4 Cleaner spielen Cutscene, auch entspannte 20 FPS Da muss ein Patch her Ah, das hat die Flügel, ne? Bitte geh einfach weg Ich will nicht mehr kämpfen Einfach gehen Einfach den Bossfight auch mal quitten als Boss Genau Also ich dachte jetzt wirklich, eigentlich Phase 2 Also Phase 3 Aber ich bin froh, dass es nicht so ist Weil dann hätte ich ein Problem gehabt Dann hätte ich nochmal deutlich cleaner spielen müssen Die Phase Die Phase 1 Brate hatte sie Gnade Und hat deshalb geskippt Was bekommen wir denn da immer Für eine Ressource Wenn wir uns das anschauen Ah ja, diese Diese Ressource für den Händler Aber geiler Bossfight Wirklich, Chad Bis jetzt Einzige Einzige, was ich zu bemängeln hätte Frames Und es ist trotzdem noch, sag ich jetzt mal Aushaltbar Aber da müssen sie auf jeden Fall Zeitnah patchen Wurde auch schon angekündigt Wenn ich mich nicht irre Die Frage ist Wie schnell kommt der Patch Und Fix das dann komplett Oder mach das nur besser, ne Ey, Bayern Vielen Dank für die 1000 Bits Vielleicht, Chad Ein paar Tage noch warten Mit eurer Mit eurem ersten Spieldurchlauf Heiligen Das sieht noch im Spell aus Alles Oh, das kann man sogar Segnet den Boden Mit einem heiligen Siegel Dass alle Verbündete Die es betreten Heilt Und von ihren Statuseffekten Befreit Strahlen 18 Und ein Strahlenkatalyst Also Ein Zauber-Item Okay, geil Gibt's hier den ersten Magie-Spell Wenn man möchte Habe ich auch bei Dark Souls 3 Als ich absoluter Souls-Anfänger war Benutzt Weil dadurch hast du Die Möglichkeit Nochmal einen Heal-To Dabei zu haben, ne Kannst du dich Wenn du Nicht unter Druck Gesetzt wirst Vom Boss oder so Kannst du dich In Ruhe heilen Verbündete Bekommt mal Begleiter Falls ihr es nicht wusstet Chat Soll ich auch Von den Spiel-Designern Euch sagen Ihr könnt dieses Spiel Wenn ihr möchtet Komplett online Im Koop Durchspielen Mit einem Kumpel Komplett von A bis Z Ihr werdet nicht getrennt Nach Bossen oder so Ihr könnt komplett Das Ding im Koop Durchspielen Wenn ihr möchtet Ist tatsächlich auch Glaube ich Das erste Souls Game und Like Was das so macht Bei anderen Spielen Brauchte man dafür Mats Also wenn man drauf Bock hat Mit einem Homie Warum nicht, ne Ausprobieren den Aal Es tut immer Chords auch ruckeln Wenn ich eine Trophy bekomme Oh Gott Wie die Ist das unsere Subbase Hubbase Die Hubbase auch Mit stabilen Kommt mir eher vor Wie 3 TFTS Ich hoffe Da kommt A$AP Nen Peccarino Ansonsten wirklich Top Game Und es ist jetzt nicht So ein Dilemma Wie beispielsweise Bei Star Wars Jedi Survivor Wo es wirklich Fast unspielbar war Mit den Frames Ist okay Wie wir da oben Noch den Lebensbalken Sehen Ich dachte gerade Haben wir die nicht Hä Haben wir die nicht Gerade bekämpft Chat War das nicht Die Engelsfrau Geh mal dein Schwert Bitte Sehr geile Sprecherin Boah Die Musik In der Hangebasis Pita Pita Sehr geile Sprecherin Oh bei ihr Können wir Aufwerten Unseren Healstuff Oh 4 Ladungen Statt 3 Plus 20% Lebenspunkte Wiederherstellung Okay Wahrscheinlich Wenn wir sehr low sind Healt es dann noch mehr So würde ich das Verstehen Alter Wie geil Also Chat Grafik geil Kampfsystem geil Und Vom Vibe her Das ist ja auch immer Sehr wichtig Bei einem Soulslike Allein die Hubbase Huge Okay wir brauchen noch mal eins Dann erhöht es sich Dann erhöht es sich nicht auf 5 Ladungen Aber auf 35% fehlende Lebenspunkte Okay Wie geil Das ist einfach der erste Main Boss Dann unsere Heal Unsere Heal Ansprechpartner Das ist geil Also Kaufempfehlung Chat Wie gesagt Wartet noch Vielleicht 2-3 Tage Bis der Patch kommt Mit den Frames Außer ihr sagt Hey das stört euch jetzt nicht Es ist schon spielbar Trotzdem ist halt Nur ein bisschen ärgerlich Weil Die meiste Zeit Die Frames mega gut sind Und dann Wenn sie da halt Im Bossfight Dann ab Abfallen Ist das halt Na Ja Dann Merkt man halt Den Unterschied Stark Aber es war Trotzdem gerade okay War okay Dark Crusader Dark Crusader Spannende Put an Oxfam ricke L special Schiff was Entspannete Schiff Mörnstead Schiff Mörnstead Star 懂 Blatt dre Die Tränen Predig Schiff Der Umbrass Steak S Der S D Ro Ich habe sowieso immer Kreuzritter so gefeiert. Heilt euch durch Strahlen. Hebt eure Waffe und stärkt sie mit Strahlen. Oh mein Gott. Aber 18 Strahlen ist echt nicht wenig. Da hätte man eine Klasse nehmen müssen, die das schon geskillt hat. Das hätte ich ja so Bock zu spielen, Chad. Einen Magier und dann seine Waffe durchwirken. Schützt vorübergehend vor dem Blutritual. Ist das dieser eine Dude, der uns im Totenreich jagt? Hammer des Priesters Oreos. Braucht eine Stärkewaffe. Nee, doch. Heiligwaffe ist das sogar. Aha, schau mal eine an. Oh, die ganzen Stats. Der hat jetzt nichts so Spektakuläres. Bei ihm können wir auch Sachen verkaufen. Ah ne, ich behalte mal. Ah ja, by the way, der Boss gerade hat ja Heiligschaden benutzt. Da hätten wir die Rüstung wechseln können, aber der hat ja eigentlich trotzdem am meisten Damage im Nahkampf gemacht. Echt? Schon wieder so zackig? Chad, der erste Part ist auch wieder auf YouTube online. Mein Cutter hat für euch gezaubert, falls ihr den Anfang verpasst habt. Gern auf dem Storygames-Kanal vorbeischauen. Geiles Thumbnail auch wieder. Vor 20 Minuten schon. Ne, hier in Top-Qualität 2K. Gerne abchecken den Aal, wenn ihr möchtet. Oder dann an eurem Tempo nachschauen. Grüße gehen raus, auch auf die Lümmel auf YouTube. So lobe ich mir das. So, mit wem haben wir noch nicht geredet? Mit dem hier, ha? So, die Ex-Aktors haben sich ein neues Instrument gefunden. Und, given dass die Lampen für mich für die Paladin fallen, und jetzt, hier bist du. Well, es scheint, ich war richtig zu schädigen, die Wert des Wäldens. Ich bin Stoneman, ein Grupp von guten Männern und Wiggins, die Madness, die wir besetzen. Wir haben ein Vowel, um unsere Ordnung zu retten. Whatever die Kosten für uns selbst. Und bei Judge-Klerik's-Greis, das heretische, als auch du bist. Ja, welche Waffen sind da gut? Erhöht die Vitalitäts- und Beständigkeitsattribute. Ein Ring. Und ein dicker Schlüssel. Pilgersitzschlüssel. Ein Schlüssel, der bestimmte Türen am Pilgersitz öffnet. Sind hier tankigere Rüstungen dabei. Auch geil, guck mal, dass man oben sein Stuff sieht, was es für Werte hat. Gewicht deutlich tankiger. Alter, das würde uns so viel tankiger machen, der Lachs hier. Aber es ist halt auch deutlich, deutlich schwerer. Ich habe ja schon ein bisschen in Ausrüstungsgewicht geskillt. Ein bisschen tankiger wäre ich schon. Gerne. Wir haben hier Gewicht. Links unten 54,9 von 79. Die Frage ist, wie viel können wir noch mehr ausrüsten, um... Um, um, um... Um trotzdem mit Roll zu behalten. Sorry. Ich nehme halt das mit. Oha, das geht ja voll fit noch. Das geht ja voll fit. Weil ich habe ja auch schon einiges in Leben geskillt. Und wie wir es aus klassischem Souls-Likes kennen, eine tankige Rüstung in Kombination mit tankiger Rüstung macht euch halt dann schon sehr tankig für den Anfang. Das ist immer Game Changer. Und dann am besten noch irgendein Defensiv-Amulett oder so dazu. Ich glaube, der Panzer wird ultimativ hässlich aussehen. Das wird aber safe zu schwer dann sein. Nein! WTF? Als ob? Krass! Ist das, weil ich... Weil die Klasse schon so viel Gewicht geskillt hat? Dass ich so einen tanky Shit schon anlegen kann und nicht mal Fat Roll hab? Das ist halt der schöne Look unserer Starter-Klasse weg. aber... Aber... Sieht auch gar nicht schlecht aus. Jo, jetzt bin ich ja so ein Tank und ich hab einfach immer noch Mid-Roll. Das ist ja giga-op. Also habt ihr schon mal eine gute Starter-Klasse zum Nachspielen, Chat? Das ist wirklich Bastard. Also ich würde... Jetzt bin ich gespannt, wie viel Damage ich kriege. Bin's gefühlt doppelt so tanky. Hab immer noch Mid-Roll. Aber jetzt klingt der Sound anders sogar beim Rollen. Man hört die Rüstung jetzt. patiently Не Gayun. Also mit einem daytale oder mal nochmal mit einer oder mit einer Ah. Aber wird zu видно oder hat oder a j Wäre das eigentlich zu gewesen? Ja, oder? Schlüssel, der Himmelsrastbrücke benötigt. Okay, Chad, könnt ihr euch das PPG aufschreiben? Himmel, Himmelsrastbrücke. Das war ja nicht der Schlüssel von dem einen, ne? Der hieß Anlast. Dicker, diese fucking Halloween-Emotes. Kann das nicht mehr. Pilgersitzschlüssel. Okay, ihr merkt euch auch, wo wir den Pilgersitzschlüssel brauchen. Aber ich könnte mir vorstellen, der ist was für diese Türen, die wir vorhin angeredet haben. Ich frage mich, lohnt sich dieser Ring? Erhöht Vitalitäts- und Beständigkeitsartikel. Vitalität? Immer schön. Was ist Beständigkeit? Beständigkeit war Ausdauer, oder? Das ist doch dann auch ein guter Ring. Die Frage ist halt, wie viel gibt er? Gibt er plus eins, plus zwei, plus drei, plus vier? Aber da es so ein Ring ist, der einen Händler am Anfang anbietet, könnte ich mir halt vorstellen, dass er eher shit ist. Dicker, man kann so schnell springen. Oh, hier geht's wohl weiter, ha? Ja, hier geht's wohl weiter. Oh, hier geht's wohl weiter. Oh, hier geht's wohl weiter. Mein Name ist Andreas Oveb, esteem scion of nobility. Aber viel mehr als das, descendant des Gwes, proven by meine Familie's Book of Linien. Das ist richtig. Through meine veins flows the blood of the Lege. Defy the Deer and the Rogar and save the Hoth, only to be betrayed and murdered by a common criminal. So, you'll understand the man of my wild and unfortunate victim, such as... Give me the lamb. And let me show... No? It saddens me to see you bring such... I hope you see sense and reconsider. My offer is... After all... What? Warum wollen die unsere Lampe? Ich bin wohl. Okay, hm. Alter, wie viele Leute gibt's denn hier? Look at you. A dark crusader. Aren't you the multifaceted one? We tend to stay dead, when we die. And Aureus knows enough of us have done. Anyway, like Nathaniel says, you can't see the blade coming at your front. We set ourselves to task and we have to finish it. But watch a step out there. Mornstead is a lamp. We suchen ja immer noch den Händler mit dieser Ressource, die wir kriegen in der Totenwelt, wenn wir diese Echos anreden. But watch a step. Mornstead is a lamp. That lamp you've got there is heresy stranger. But then... Stranger? Ja, typische Souls-like überall NPCs und man weiß nicht, sind sie wichtig oder geben sie einem nur eher unnütze Informationen. Was ist denn das? Gebe geklaute Münzen aus. WTF? Was für geklaute Münzen? Ich hab null. Wird broke. Ja, ich hätte auch gesagt, klingt nach PvP. Vielleicht ist das PvP-Area. Aber man weiß es immer nicht, Chat. auch den Hümmels-Bastard. Schlüssel hier wieder. Husa, danke noch für den frischen Prime. Willkommen. So, jetzt gehen wir mal zum Bonfire und gehen wieder in die normale Welt. Und dann schauen wir mal, ob diese Leiter auch in der normalen Welt da ist. Grizzle, ich teste noch. Ich kann aktuell noch keine Marke nennen, wo ich sagen würde, da stehe ich absolut hinter und musste noch ein bisschen Geduld haben. Weiß, eine Controller-Marke kann man den nach einen Monat oder eineinhalb Monats noch nicht bewerten. Da musst du schon ausgiebiger den Aal anspielen. Der stand vorhin noch nicht da, oder? Hat er es nur gemoved. Hey, PvE-Butters, mein Nudes da. Danke für fünf verschenkte Subs. Ich war mir auch mal wieder hier zu sehen im Chat-Arino. Danke, danke für die fünf. Bedankt euch bitte, Chat, wenn ihr einen Sub ergaunert habt. Danke für die Firm. Okay, das geht hier nur im Totenreich. Ja, jeder hat auch ein bisschen andere Erfahrungen gemacht. Es gibt tatsächlich auch welche, die schwören auf Scaf. Und ich habe bei Scaf habe ich mit die schlechtesten Erfahrungen gemacht. Und leider auch bei der deutschen Marke King-Controller. Von deutscher Wertarbeit hat man da leider eher wenig gemerkt. Aber es gibt wohl welche, die sind mit Scaf mega zufrieden und auch vielleicht mit King. Okay, wir gehen auch mal hier noch in die Totenwelt. Vielleicht gibt es hier dann mehr. Bei Aim-Controller hat es nicht an der Qualität gelegen, sondern an Dingen im Hintergrund, Chat. Von daher Aim könnt ihr auch gerne weiterhin als gute Marke ansehen. Mir sind halt, da bin ich so transparent, mir sind halt zwei Paddles abgebrochen, aber ich spiele ja auch so viel und um meine Mutters Ehre und ich drücke die Paddles schon dolle durch. Trotzdem darf es eigentlich nicht sein, aber ja. Hier sind wir hergekommen, hier sind wir unten reingesteppt. Okay. Und wenn ihr bei Aim-Controller euch was gönnt, könnt ihr ja Ehrenbruder John, also John Rage supporten, indem ihr Code John benutzt. Da freut er sich, damit er die Miete in seiner Berliner Mietwohnung auch bezahlen kann. Die sind nämlich teuer.